So, da sind wir auf Rilga. Jetzt bin ich mal auf dieses Hoverboard-Event gespannt hier. Vor allem, weil sollen wir ja auch noch die Kanalisation durchsuchen. Das ist nicht gut. Hey, wie geht's? Wow! Wow! Boah! Ich mach's mir ein bisschen umständlich wieder. Was? Nein, tust du gar nicht. Ich hab zwar jetzt wieder ein bisschen Schaden bekommen, aber, naja, könnte besser laufen. Oh, hier drüben hab ich noch. Warte mal. Warte mal. Zielen. Feuer! So. Ja, eigentlich könnte man die Druinen locker ausschalten. Ist ja jetzt nicht so wild. Ach stimmt, du durftest nicht hier reinfallen. Ja, ich kann mich dran erinnern. Da ja hier diese komischen Fische drin sind, die ich gerne mal schnell töte. Mach mal das so. Achtung! Ui! So geht's am einfachsten. Du brauchst bloß einsammeln. Schön. Welcher war denn das? Der hier, ne? Ja. Okay, das war's schon. Easy. Wow! Das sind die Momente, für die Mr. Zocon lebt. Oh, Mr. Zocon. Ah! Mr. Zocon, ne Spitze. Da gibt's... Oh, noch wieder. Ah, schön. Achtung! Mr. Zocon kommt nicht in Frieden. Wooh! Haben wir noch irgendwo... Ja, oh. Achtung! Ich bin mal weg. Warte mal. Kaboom! Mr. Alien. Mr. Zocon ist so nicht schlecht. Du kannst, äh... Nahkampfangriff machen. Und während die sich da vergnügen, sag ich mal, kannst du ordentlich reinhämmen. So, wo geht's hier lang? Und 92, okay. Dann geht's weiter. Och, wieder ein Haufen Bolz. Was? Ach, da drüben. Achso. grad zusammengekomme ich da hin. Achtung! Oh, nice. Ah, verdammt. Ich wollte eigentlich... Hoffentlich komme ich da nochmal hoch gleich. Ich würde da gerne wieder hoch. Ich bräuchte ein bisschen Munition. Nein! Oh Gott. Ernsthaft. Ah, ich komme nicht mehr hoch. Schade. Na gut. Dann habe ich es ein bisschen versaut. Achtung! Wo? Wo? Haben wir ihn? Ja. Gott! Oh, geht mir doch nicht auf den Keks hier. Oh, eine neue Karte. Oh, schnell weg. Schnell weg, 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 weg. Erstmal hier die ganzen Bolts einsammeln. Was ist mit dir? Okay. Wow, du bist aber schnell. Hat sich geteilt. So. Ja, fürs Erste schon. So, da geht's nicht weit. Doch, warte mal. Da geht's aber auch noch lang. Oh, nein. Ah, ich hab keine Muni mehr. Hier geht's nach oben. Wo geht's aber dort hinten hin? Warte mal, hier haben wir einen Schalter. Gute Frage, ne? So, schauen wir gleich mal. Oh, nice. Kann ich jetzt wieder zurück? Das wäre echt cool. Ich müsste wirklich... Ja, ich kann... Hoppala. Zurück. Oh, schön. Ich kann Munition aufladen. Oh, ich habe etwas für dich. Diese Waffe sorgt unmittelbar für eine Tanzparty, wodurch die Gegner anfällig für Angriffe werden. Schön. Der Energiesturz dieses Nahkampfarmgeschützes schickt Gegner in die Zeit zurück, in der man noch mit einer deutlich geringeren Auflösung arbeitete. LOL. Das ist cool. Die brauche ich. Aber erstmal alles aufwerten. Oh, das ist cool. Die Waffe. Also da muss man echt die Bolz sammeln. Da werdet ihr mal sehen, wie es zu 2002 noch aussah. Die Gegner. Sieht bestimmt geil aus. Weil das ist eine von diesen neuen Waffen, die sie extra für das Spiel implementiert haben. Wo geht's lang? Da lang, da lang. Oho. Hm. Gehen wir mal außen rum. Kann ich das auch? Nee. Das ging nicht. Schade. Achtung. Monster. Wow. Nicht mich sollst du angreifen, sondern die anderen. Mr. Zuckern ist erzöhnt. Er möchte dir helfen, sich wiederzufinden. Oh, 8000 hätten wir jetzt schon für die anderen. Wow. Den habe ich gar nicht gesehen. So. Ja, warte mal. Da brauche ich den. Oh. Muss ja nicht unbedingt da mit Mama reinknüppeln. Beziehungsweise mit dem Schraubenzieher. Äh, Dreher. Äh, Schraubenschlüssel meine ich. So. Aufwärts. Äh, das hört sich nicht gut an. Oh, ganz und gar nicht. Mr. Zuckern ist gelangweilt. Aha. Schön ist ja, dass Mr. Zuckern eine Weile stehen bleibt. So. Nein. Ah. Habe ich zu spät gesehen. Bringt irgendwie nicht wirklich viel hier. Hallo. Mann, Mann, Mann. Oh Gott. Kaboom. Ah, nicht mich. Loll, habe ich die gerade abgewehrt mit dem Schraubenschlüssel? Sah so aus. Wow. Yay, Stufenaufstieg. Schönes Ding. Schönes Ding. So, ich denke mal, dass die jetzt wieder rauskommen werden. Da werde ich mal das schon mal auf bereit halten hier. Ja. Wo, wo, wo. Komm, komm, komm. Ah, ha, ha. Hilfe. Oh. Ah, da war ich jetzt ein bisschen übermütig. Das linke, okay. Mr. Zuckern ist sauer. Oh, da ist eine Goldbold. Die brauchen wir. Nein, hat keiner gemacht. Wow. 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 Nein, stimmt gar nicht. Yes. Habe ich ihn? Nee, noch nicht. Nein, noch nicht. Nein, noch nicht. Wuhuuh. Man war jetzt ein bisschen aufregend. Zum Glück haben wir mit Zielhüfe genommen in diesem Spiel. Sonst wäre ich schon wahrscheinlich längst angeschossen gewesen. Mit der Munition. So, ich hatte aber ganz gerne noch diese Goldbold. Aha. Da, da, da. Hä, ist die einzigste? Oder komme ich da nirgends wohin? Oder gibt es hier oben irgendwie so einen, so einen, so einen Greifer? Nee, ne? Wie komme ich jetzt an das Teil? Muss aber eine Art Greifer geben. Umsonst wäre das doch hier nicht. Hm. 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 Ich kann mich gar nicht so wirklich dran erinnern, wie das hier war. Hm. Wo gehen wir einfach mal hier rein? Oh, jetzt nicht. Warte. Wieder verfehlt. So, jetzt. Gute Nachrichten. Wie es aussieht, ist die Stadt jetzt amögoidenfrei. Und das verdanken wir zwei Bürgern. Ratchet und Clank. Das Rennen geht weiter. Also bleibt dran. Und auf dem Laufenden. Vielleicht kommen wir irgendwie später noch dahin. Wer weiß. Wer weiß. Kann auf jeden Fall gut sein. Hoverbot Park. Yay. Wir sind endlich da. Wo geht es denn hier links? Ah, warte mal. Ah. Warte mal. Klappt das nicht so hoch? Yay. Schön. So. Jetzt hier runter kann ich nicht springen, wa? Nee, da drüben wäre das erst. Hm. Schade. Ich wusste gar nicht, dass man die Hydranten nicht lüfteln kann. Wo geht es hier lang? Keine Ahnung. Schauen wir aber gleich mal nach, weil wir die Zeit haben. Ansonsten sammeln wir jetzt erstmal hier ganz in Ruhe die ganzen Goldbogen. sein. Äh, Goldbolts. Die normalen. 11.000 haben wir momentan. Sieht gut aus. So, gehen wir mal hier lang. Kommen wir hier überhaupt irgendwo durch? Nee, ne? Da ist eine Karte. Da kommen wir aber auch noch nicht hin. Und von hier aus geht's nur... Wir sind von dort aus... Ach doch, darunter geht's glaube ich noch irgendwo. Aber auf geht's�e. Die roughly. Da.